Wir haben angefangen mit dem Stallbaumondage Stechelberg, das war das erste, was wir dieses Jahr gemacht haben. Im Moment sind wir gerade in Mürren und auf dem Birgtrand und der Ablauf ist eigentlich mehr oder weniger gleich. Das beginnt mit einem Tragerüst auf die bestehende Station, auf die Betonkonstruktion. Auf das oben drauf kommen Zeilsättel mit dem ganzen Zubehör, welches es gibt. Das ist eine Arbeit, bis jede Station so steht, wie sie sein muss. Speziell ist es eigentlich, dass es von diesem System die erste Bahn ist in der Schweiz. Das wir eigentlich so noch nie montiert haben. Das ist eigentlich für uns neu, für die erwähnten Monteure selber. Wir haben eine Pendelbahnstechelberg-Mürren, die schweren Antriebskomponenten. Das ist einerseits eine Antriebscheibe, eine Gegenscheibe mit einem zwölftönnigen Getriebe dazu. Der Elektromotor ist jetzt einfach mal im Haus drin, platziert, grob zusammengestellt, dass es ein Bauteiler gibt. Wir warten jetzt eigentlich so darauf, dass oben drüber der Stahlbau fertig ist und ausgerichtet ist. Und am Schluss richten wir den Stahlbau mit dem Antrieb zusammen aus, damit auch die Zeilführung des Zugseils schlussendlich passt. Musik Das Wetter macht mit mir eigentlich nicht viel. Es ist so, wie es ist. Da kann man nichts ändern. Ja, man nützt auch nicht. Einfach so gut, wie es geht, ignorieren und weitermachen. Und wenn es dann wirklich nicht mehr geht, legt man dann halt eine Pause ein. Und ein Grafik rein. Musik 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 Musik